Hey, oh ihr Pressmann und willkommen zurück zu Minecraft Together Craft, ähm, mit JP. Tag, gut Tag. Und du kannst mal erklären, was wir jetzt machen, weil ich hab's irgendwie nicht gecheckt. Also, ähm, wie ich mich gerade mit dem, dem, da hinten ist er, dem Lukas in Verbindung gesetzt habe. Ähm, baut der gerade... Nicht an der Arena. Anscheinend doch nicht. Hi, äh, warte mal, wie... Wie ist jetzt mit Arena? Wie aber auch die Sachen. Welche Sachen? Wovon labert er? War ich heute das Gefühl, dass, äh, ein paar Leute nicht checken, was wir von denen wollen, wenn wir mit den chatten. Wollen wir anfangen? Warte mal. Äh, wollen wir dat nicht in Extra-Folge machen? Spektor hat er, Badbox, und er hat einen Generator, er hat einen Iron Furnace, er hat einen Mace-Rator. Das brauchen wir für eine PvP-Arena? Nein, ja, ich hab grad nur geguckt, was er für Maschinen hat. Mir egal, ich habe sonst nichts Besseres zu tun. Ähm, äh, ich würde aber sagen, ist es besser, wenn wir es innerdings machen, oder? Ja, das hatten wir eigentlich, äh, auch besprochen. Das hatte ich auch mit ihm schon besprochen, damals. Wir machen dat gleich nach unserer restlichen Aufnahme. So, ich bring jetzt erstmal dein Jetpack zu Ende. Jo, und der ist immer noch nicht dabei, der wird, wie gesagt, immer noch, jetzt diese, äh, die letzte, also, die vorletzte, die letzte und diese hier. Sind halt ohne ihn und nur parallele zu. So, warte mal. Ist ja eigentlich egal. Was mach ich denn hier für'n Scheiß? Ach man, jetzt! Äh, Johannes und ich sind in der zweiten Folge gestorben, ne? Ähm, ja. Fuck, man. Äh, gut, das heißt, 29.12. Komischer Satz, aber egal. Was hab ich denn geschrieben? Nicht du. So, glaub ich. Äh, ich weiß es nicht. Äh, ich hab immer auch, nö, jetzt muss ich wirklich Bäume fällen. Pass auf. Eigentlich darf ich das gar nicht, aber ich schleiche mich jetzt ganz oben auf den Baum, da wo er es nicht sieht, und baue dort ab. Da sieht er es nämlich nicht. Äh, ja. Das sieht's in deiner Folge, ne? Dann ist zu spät. Äh, das war auch am 29.12. Dann ist zu spät, dann juckt's mich nicht mehr. Das war ein Fehler. Äh, können wir gleich mal kurz pennen gehen? Jo. Musst du, wie gesagt, äh, Dings mitfangen. Wuhu! Alter, wie lange das Schleppbrück braucht, um... anzu... Das ist nicht das gleiche Holz, oder? Was ich hier... Ah, ich weiß! Oh, vielleicht war das falsche Holz. Moment, wir können gleich pennen. Ich glaube, das war Rubberwood, was ich da benutzt habe. Oh, Mist, ey, ich hasse es. Ja. Egal. Hier liegt... Oh Gott, doch, Kai Gülmo. Das... Überprisma... 29.12.2014... Ach, ist das ja sowas von 2014, Alter. Aua. Hier liegt... 6 mal 8... Ja, wenn du im Weg stehst. Ja, er hat sich in und dahin gestellt, wo ich sonst. Der Maino... 29.12.2014... 30.12.2014... Oh, ups. Okay, wir liegen. Das ist so ein richtig typischer Spruch von ihm. Ja, ist so. So, jetzt müsste es passen. Alter, ich habe einfach drei Grabsteine eben. Ja, Junge, ich muss erst mal mein Bett finden. Ja, ja. Das ist nämlich aus unerfindlichen Gründen irgendwie zugebaut. Geil. Schnarch, schnarch. Nicht dich hier, Felix, denn... Ich bin gerade zweimal wieder aufgestanden. Lukas. Achso. So, ey, Lukas. Soll ich ihn mal Band kicken? Nein. Nein. So was Spaß haben. Junge, leg dich hin. Junge, ey. Jetzt mach doch mal einen. Das ist ein Verwarte von Kim Jong-un. 2 Minuten, nichts in der Folge. Sehr produktiv. Erstmal Flamen. Ah, es geht doch. Erstmal Flamen. Du bist doch echt dumm. Alter, ihr hättet wenigstens mal meinen Keller verschonen lassen können, als ihr mal ein scheiß Haus hier eingebaut habt, Junge. Äh, no. Die ganzen scheiß Leitern musste ich alle neu craften. Äh, die liegen in deiner Sticktrue. Welcher? In der Stick... Wir haben nix von dir genommen. Die Leiter liegen da. Okay, dann kann ich die aus der Sticktrue dann zerstören. Weil ich hab mir die, glaube ich, als ich mir mein Inventar wiedergegeben hab, hab ich, glaube ich, auch die Leitern neu gebaut. Hm. Äh, also nicht gebaut, sondern... Besser, besser, meinst du meinst. So, das hab ich jetzt. Ich brauche jetzt... ...wei... ...ein Refined Iron. Wuuuuh! Ne, zwei Refined Iron brauch ich. So. Mein Liebes Iron, du gehst dann nochmal durch. Ey, dein Jetpack für diese Folge noch fertig. Cool. Äh, dein Solarhelm eigentlich. Ich mein dein Solarhelm. Drei, vier. Hätt sich nicht so schnell berichtigen müssen, weil ich hab's eh nicht gecheckt. So, und oh nein. So, wie schreit denn der Junge so? Oh nein, oh nein. Warum, warum knurren mich meine Hunde an? Wenn das irgendwer von meinen Zuschauern weiß, und der weiß, wie man diese Kommentarfunktion benutzt, also die Kommentarbox, dann soll er mir das Felix mal schreiben. Ansage. Zack, du. So. Hä, hier fehlen zwei Hunde. Was? Ey, fick dich! Junge, ich hab dich gar nicht angegriffen. Spinner ist es Tag. Bei Tag greifen keine Spinner an. Benimm dich, Felix. Doch, eure irgendwie schon. Eure schon. Ja, merk ich auch. Abschloch. Hab ich schon letztes Mal in irgendeiner Folge gesehen. Hinsetzen, 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 hinsetzen. Yeah. Wow, ich hab dich geil hier an den Zaun gebatscht. Oh, geh mal weg, Alter. Der Scheißhund. Was ist das für ein Hund? Oh, hier so ein Fucktreater. TdT-Terror-X-Left, okay. Okay, der, dessen Folge war voll vorbei. Der arme Schuh. Voll vorbei. Ah, vorbei, vorbei. Ah. Neuer Single. Nein, 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 oh, dieses Scheiß-Skeletz. Wusstest du das nicht? Das ist meine neue Single. Vorbei, vorbei. Vorbei, vorbei. Vorbei, vorbei. So, warte mal. Pass auf, wir singen das nicht so laut, also sonst krieg ich Probleme mit der GEMA. Mit der GEMA? Okay, nochmal für alle, damit sie es alle hören. Gut. Vorbei, vorbei. Wuh. So, mal gucken, wie weit Johannes ist. Junge, ich muss da unbedingt mal eine Brücke rüberwannen. Okay, ich hätte jetzt eigentlich auch diesen Umweg daneben können. Diese kleine Kurve. Aber, ich bin ein Mann, Alter. Ich bin ein Mann, ey. Ich bin keine Umwege. Ich geh voll durch. Schwör. Schwör. Schwörst du? Schwör. Schwör. Okay, das war genau falsch. Da wollte ich nämlich nicht lang. Oh. Der muss doch seine Treppen hier korrigieren, Alter. Das ist irgendwie ein kleiner Fehler. Voll schlimm, ne? Was, ich wieso tue ich denn jetzt den Generator weg? Ich bin gerade echt... Hm, was ist denn ganz gut? Unbreaking wäre ganz gut. Ah, ich habe nur ein Level. Oh, Schadness. Wuhu, ich bin cool. Wieso? Das musst du gleich sehen. Okay. Ja, wir müssen dann wirklich mal besprechen, ob man die Level wiederbekommen, weil ich hatte 30 Level, als ich das vorletzte Mal gestorben bin. Muss ich ja jetzt zwangsweise auch schon sagen. Ah. Fuck. Ja, nee, wie gesagt, mir ist das relativ wurscht. Scheiße. Ich würde gerne so machen. Oh, Junge, ich muss dir gleich nach der Aufnahme noch was sagen. Du wirst Vater. Nee. Nein. Im Glück nicht. Warte. Er hat dich ja jetzt vermutet, ne? Aber sowas in der Hard Night. Also, was der Kai so macht. So, Leute, dann müsst ihr euch in Acht nehmen, Freunde. Also, das ist echt nicht mehr lustig. Und hat er irgendwelche... Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Was ich hier habe. Was hast du denn? Oh, hallo. Oh, was ist das? Ein verzaubertes Eisenschwert. Moment mal. Wie kannst du ein verzaubertes Schwert haben, wenn du noch nicht mal... Äh, hast du Bücher gefunden? Hä? Die Bücher haben wir aus dem NPC-Dorf und den Zaubertisch hat Johannes gebaut. Du solltest übrigens nachgucken, was das ist und mir es dann wieder geben, ne? So. Hab ich es eingezahlt? Achso. Ja, hier. Mach mich nicht neidisch. Soll ich mal schlagen? Nein. Soll ich mal schlagen? Nein. Hier ausholen. Der Beite. Ich bin gespannt, wie das in deiner Aufnahme aussieht, Alter. Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. So, Moment mal. Das muss noch da rein. Was passiert jetzt, wenn ich ins Nether-Portal gehe? Was passiert dann? Werde ich dann direkt sterben? Mein viertes Mal? Ähm. Nein. Du musst... Du wirst dann... So gucken. Also so im Nether-Portal stehen. Du musst dich umdrehen und nach da hin rausgehen. Sonst stirbst du in der Lava, das stimmt. Ich trau mich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da jemals nochmal wieder reingehen werde. Äh. Hey, in dem Glück hast du jetzt nicht noch ne Folge auf? Ahnung. Okay. Unsere Folge ist auch gleich wieder vorbei. Nicht fällig. Moment, das. Dann... Das. 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 Oh, jetzt muss ich. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Generator. Das ist der Solar Panel. Oh, fuck. Oh, fuck. Warte mal. Das ist manchmal eben so. 1, 2, 3, 4, 5. Reingehauen, du Scheiße. Moment mal so. Drei Copper Cable Boy. Oh, das ist doch jetzt verarsche, oder? Ach, na, komm, mach hin. Mach hin. Bleib mal hier bei mir gleich. Ich bin schon in meiner Stadt. Mach mal bitte zurück. Gleich. Ich möchte das gerne noch diese Folge geben, hier. Komm schon, mach hin. Ist dann egal, mach ich dann. Äh, wo ist mein Teleporter? Oh, fehl. Hä, 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 hä. Weil da... Du gehst mir direkt vorm Teleporter und sagst so, hm, wo ist denn der Teleporter? Das, das machen wir so. Dann kommt der Solar Panel dahin. 1, 2, 3 und fertig ist dein Solar Helm. Fresher Scheiß. Ja. Dankeschön. Bitte. Das sehe ich echt scheiße aus, wahrscheinlich mit meinem Skin. Geht. Das sieht genauso aus wie ein Eisenhelm, Kassel. Äh, beinahe. Außer auf dem Kopf hast du halt jetzt ein Solar-Ding. Das sieht halt manchmal gar nicht mal so fresh aus, aber... Kommt halt auch auf die Dinge an. Na, 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 na. Ich muss unbedingt mal wieder Need for Speed hochladen, fällt mir grad irgendwie ein. Ich weiß nicht wieso. Ja, das, äh, würd ich auch mal machen. Du lädst da grad mal nur Together-Craft hoch, Alter. Äh, nein. Leil kommt jetzt auch wieder. Ja, jetzt wieder. Wow. Ja, hallo. Mann, du bist ja richtig cool. Ja, ich weiß. Mit deinem Item-Frame, Alter. Mit deinem Item-Frame. Bist du mein Item-Frame? Kennst du deinen Item-Frame nicht? Däger, däger. Däger, däger, däger. So, ich geh jetzt in mein Haus, mich verziehen. Äh, uch, ich glaub, ich hab grad in mein Mikrofon gepustet, das war natürlich meine Absicht. Und Disconnector. Äh, ich hab noch ein paar Sekunden. Geh noch schnell in meine Stadt. Ich schweil ja. Los, teleportier mich! So, dit war's mit dieser Folge, meine lieben Freunde. Äh, wenn's euch gefallen, dann lasst, äh, ne Bewertung bei Jan-Patrick da. Aber, ich sag tschau und Jan-Patrick sagt, hau. Und haut rein, bis dann. Ciao.